Jobmäßig gar nichts. Also kein Verein, kein Land. Gab es eine offizielle Anfrage vom Englischen Verband? Also können wir jetzt einfach mal so, ich sage dazu nichts, aber egal wer angerufen hätte. Also ich habe in der Pressekonferenz, oder nein, in meinem Namen habe ich gesagt, kein Land und kein Verein für mindestens ein Jahr, den Teil müssen ein paar nicht gehört haben, weil am nächsten Tag, das Telefon, seid ihr blöd oder was? Also auch die Engländer? Ja gut, aber für uns kannst du, das wäre jetzt der größte Gesichtsverlust in der Geschichte des Fußballs, einmal einen Tag später, na gut, bei euch mache ich eine Ausnahme. Das Timing könnte nicht schlechter sein, als mich jetzt zu kontaktieren, um jetzt mit dem Trainerjob, ich werde irgendwas arbeiten, ich bin zu jung, um nur noch Personal Training und Paddle Tennis und Enkelkind usw., das ist ja Quatsch und Ehefrau logischerweise und Söhne usw., aber ich werde das arbeiten, aber ob das wieder Trainer sein wird, das würde ich im Moment tatsächlich ausschließen, aber was weiß ich, wie ich mich in ein paar Monaten fühle, das müssen wir dann nochmal abwarten, aber jetzt erstmal keine Anfragen.